Ich erzähle euch noch kurz und knapp meine Gedanken dazu, dann können wir das Thema vielleicht vorerst dabei belassen. Ich glaube, ich muss nicht und ich will auch nicht nochmal diese widerwärtigen Sprachnachrichten von Boogie abspielen. Ich denke, die meisten von euch haben es mitbekommen, was er gesagt hat. Was er mir bzw. meinem Vater gewünscht hat. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe diese Nachrichten gehört, nachdem ich gestern von euch off gegangen bin. Nachdem ich gestern den Twitch-Stream beendet habe. Wir hatten gestern einen richtig geilen Stream. Wir hatten Spaß. Alter, ich habe sogar griechische Ständchen gehalten. Wir haben eine Freestyle-Session gemacht. Der Stream gestern war richtig nice. Dann gehe ich offline. Dann baue ich hier ab. Dann gehe ich nach Hause, lege mich hin, gucke in mein Handy. Aus Zufall drücke ich auf Anfragen und sehe da Boogie drin. Wir hatten zwar früher schon mal geschrieben, aber nach diesem ganzen Beef, wo er auch immer wieder respektlos gewesen war, habe ich ihn eingeschränkt. So, dass er bei mir in die Anfragen reinfliegt, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Der hat mich da, als dieser Beef mit Belash losging, dann immer wieder in irgendwelchen Storys markiert. Ich wollte davon gar nichts wissen. Trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ab und zu gucke ich einfach in meine Anfragen rein. Ich gucke in die Anfragen rein. Ich sehe einfach eine Nachricht von, weiß ich nicht wann, das war 21 Uhr, 30, 22 Uhr vom Boogie. Ich drücke drauf, ich sehe zwei Voice-Memos. Ich höre das an. Ich denke am Anfang wirklich ernsthaft, der meint es ernst. Der will sich vertragen, Frieden her machen, keine Ahnung. Ich höre das an, diese Nachricht fängt so an und dann wünscht er meinem Vater, meiner Familie, das, was er da gesagt hat. Und die andere Sprachnachricht mit diesem schäbigen Chuck Norris-Witz mit dazu. Ich war fassungslos. Ich habe das mehrmals abgespielt. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, mit welcher Widerwärtigkeit man auch noch eine Punchline daraus macht. Ja, eine Punchline daraus macht, dass man den anderen erst so flaxt mit so einer Fallhöhe, dass man das so, ja und ich will ja nur, wir haben uns ja immer Herzchen geschickt und dann sowas sagt. Und dann am Schluss so lustig, Baby, Baby. Mit seinem verkifften Humor. Ich saß da und ich habe mit tausend Sachen auf einmal gedacht, was ich jetzt machen würde. Was ich jetzt machen würde. Wie schnell ich jetzt wohin fahren kann und keine Ahnung, ich habe eine Million Gedanken im Kopf gehabt. Aber ich bin besser als das. Ich bin besser als das. Ich bin kein perfekter Mensch. Kein Meter bin ich perfekt. Ich habe so viele Macken und ich irre mich auch andauernd. Und ich weiß, es gibt genug Leute, denen ich auf die Eier gehe, die mich nervig finden oder was weiß ich, die einfach sich irgendwie an mir stören. Geschenkt. Muss mich keiner mögen. Ich muss nicht jedem gefallen. Aber das habe ich nicht verdient. Das hat niemand verdient. Und sowieso, so wie ihr geschrieben habt im Chat. Karma ist real. Sowieso. Sowieso. Ich wünsche jedem für seine Familie, die sich nämlich niemand aussucht und keine Familie sucht sich wiederum niemanden aus. Nur das Beste. Meinen größten Feinden wünsche ich, dass ihre Familie ewig lebt. Auch Bogie seiner. Auch Bogie seiner Familie. Die Menschen, die am Leben sind, sollen ewig leben. Viel Kraft dabei, so einen Drecksmenschen auszuhalten. Ich wünsche ihnen ein langes Leben. Aber diese Sache, die er da gesagt hat, dass er so einen Wunsch ausgesprochen hat, dass er Auge gemacht hat, auf den Ausgang einer Situation, die mir auf dem Herzen drauf liegt, wie ein schwarzer Klotz seit Monaten. Das ist ja nicht erst seit jetzt. Das ist seit Monaten. Das hatte bloß einfach nichts in der Öffentlichkeit zu tun. Meine Freunde wussten das. Ruth wusste das auch. Das ist keine neue Nachricht. Es hatte bloß einfach nichts in der Öffentlichkeit zu tun. Und wie gesagt, es ist auch diese Sache, ich muss es einfach sagen, es ärgert mich so extrem, dass es überhaupt in diese Debatte eingemischt wurde. Weil Marvin da seine Klappe nicht halten konnte. Das muss man einfach sagen. Eine Sache, die ich in einer privaten Absprache gesagt habe, um eine Grenze zu ziehen, die dann öffentlich kommuniziert wurde, bei einem Stream, wo 2000 Menschen zuschauen und nur so an Boogies Ohren gelangen konnte. An seine von Drogen oder was weiß ich was beeinflussten Ohren. Und trotzdem entschuldigt das nicht, was Boogie gemacht hat. Auch wenn ich da sauer bin, dass es überhaupt öffentlich gemacht wurde von Marvin. Aber es entschuldigt nicht das, was Boogie gemacht hat. In keinster Weise. Das ist eine Sache, ich glaube, das ist das boshafteste, was mir jemals ein Mensch gesagt hat. Man kann sich beleidigen, man kann Vorwürfe machen, dem anderen nachsagen, er ist dies, das, aber dem anderen eine Prognose, einen Wunsch zu äußern, Auge zu machen, nenn es wie du es willst, glaub da dran oder glaub nicht da dran. Aber wie gesagt, befinde dich selbst in einer solchen Situation. Befinde dich mal selbst in so einer solchen Situation, wo ein Ausgang unsicher ist, wo es gerade darum geht, ob jemand und wie lange jemand überleben kann oder nicht. Und dann hör dir sowas an. Ich hoffe, ich werde Boogie niemals wiedersehen. Und ich hoffe, er wird auch sein Bestes tun, dafür zu sorgen, dass ich ihn niemals wiedersehe. Ich hoffe es inständig. Ich hoffe, dass du niemals, niemals einen Fuß vor meine Augen setzen wirst nochmal. Ich will dich nie wiedersehen. Erst recht nicht in Stuttgart. Aber mach, was du für richtig hältst. Ich werde dir nicht das Gleiche zurücksagen. Ich werde nicht mal deine Mutter beleidigen. Habe ich auch die ganze Zeit übrigens nicht. In diesem ganzen Streit mit diesen zwei Vollidioten, Alter, die sind unzurechnungsfähig. Dieser Belasch und der Boogie, Alter. Ich war bei denen in ihrem Podcast. Ich war unvoreingenommen. Habe die Einladung angenommen. Habe mich dort hingesetzt. Habe mit denen diskutiert. Da schon hatten wir unterschiedliche Standpunkte. Da schon habe ich gemerkt, der Belasch ist ein komischer Vogel. Verhält sich ganz komisch. Sehr kurz angebunden. Kommt erst kurz vor der Aufzeichnung. Verpisst sich auch direkt danach wieder. Wohingegen ich Boogie eigentlich sympathisch fand. Deswegen habe ich Boogie auch immer rausgelassen. Ich habe den immer ausgeklammert. Weil an dem Tag, wo ich diesen Podcast aufgezeichnet habe, das war auch das einzige Mal, wo ich die beiden persönlich gesehen habe, kam er mir nett vor. Und als dann dieser Streit mit Belasch angefangen hat, weil ich diesen Song rausgebracht habe, in dem ich eben Rapper kritisiert habe und Belasch einer davon war und Belasch so ausgeflippt ist und direkt auch auf meine Mutter gegangen ist, habe ich natürlich auch Posts von Boogie da schon gesehen, wo er sich ebenfalls so stichelnd geäußert hat. Aber ich habe das sogar noch weggeschoben. Ich habe sogar noch gesagt, ja komm, egal, den lasse ich beiseite. Der ist halt seinem Kumpel loyal. Der ist halt wahrscheinlich auch viel staunt. Der checkt es nicht so richtig. Der Belasch nutzt den halt auch so ein bisschen auch als Schutzschild. Egal. Und so ging das immer weiter. Und selbst in den letzten Wochen hat der Boogie mehrmals auch wieder mit Beleidigungen gegen meine Familie um sich geschmissen. Der größte HS der Deutschrap-Szene. Mehrmals hat er in den letzten Wochen in Insta-Stories wieder Familie beleidigt. Habe ich auch nichts gesagt. Aber das jetzt, das war eine absolute Grenzüberschreitung. Absolut. Absolut. Und genau deswegen habe ich mich entschieden, das zu leaken. Es ist eigentlich nicht meine Art, aber das soll jeder sehen. Das soll jeder sehen, was du einem Menschen wünschst. Was für eine Boshaftigkeit du an den Tag legst, dass du die Situation eines anderen Menschen ausnutzt, um ihn so zu treffen. Wir können viel diskutieren über Leaks und Sachen, die Leute machen und ob man das richtig findet oder nicht. Können wir viel diskutieren. Kann man auch viel reininterpretieren. Aber wenn jemand eine Nachricht direkt an jemanden schickt, mit dem er gerade Streit hat und dann einem Familienangehörigen den Tod wünscht, da gibt es nichts zu interpretieren. Gar nichts. Das hast du mit vollem Bewusstsein aufgenommen. Da hat dich niemand heimlich aufgezeichnet und da gibt es auch keinen Kontext, weil das sind die zwei Sprachen. Ich habe extra beide gepostet. Komplett, so wie du sie mir geschickt hast. Und ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich wissen, was du für einer bist. Die zwei, die mit vorne mit dabei waren, die Moralaposteln, die kämpfen gegen die Unmenschen, die unschuldigen Wesen, was antun. Ist mein Vater nicht unschuldig? Ist mein Vater nicht unschuldig? Mein Vater hat in seinem ganzen Leben noch niemals jemandem etwas zu Leide getan. Der hat sein ganzes Leben seiner Familie geopfert, hat hart gearbeitet. Das ist ein ganzes Leben. Ich wünsche keinem unschuldigen Menschen auf dieser Welt irgendwas Schlechtes. Ich will nicht zu Gewalt aufrufen. Ich will nicht zu Selbstjustiz aufrufen. Ich bin besser als diese Gegenseite. Ich bin besser als du, Boogie. Nicht, weil ich irgendwie mehr wert bin oder so oder weil ich schlauer oder stärker oder sonst irgendwas bin. Ich bin besser als du, weil ich diese Grenze nicht überschreite. Genau deswegen. Lebe mit deinem Karma. Lebe damit. Hörst dir von jedem an. Leute sollen Bescheid wissen, was für Drecksmenschen da sitzen, eine riesen Reichweite haben, einen Respektstatus in der Szene genießen. Ein Boogie, der ja der tragende Kopf von diesem Dreckspodcast ist. Ohne Boogie hätte diesen Podcast niemals jemand angefangen zu schauen. Welcher Schwanz kannte denn Belash da noch? Diesen Podcast haben die Leute wegen Boogie geschaut, weil Boogie so ein sympathischer Typ war, der so einen Legendenstatus hatte. Warum hatte Boogie diesen Legendenstatus? Weil er so ein krasser Rapper ist. Bro, bei aller Liebe, mein kleiner C-Rap-Krasser. Du kannst schon seit Jahren kaum noch auf dem Takt rappen. und niemand hat deswegen was gesagt. Warum? Weil du so lange dabei bist, weil du sympathisch rüberkommst, weil du lustig bist und, und, und. Aber das hier ist dein wahres Gesicht. Das ist dein wahres Gesicht. Das ist dein wahres Gesicht. Das machst du, wenn jemand dir nicht passt. Genau das. Und das sind die Leute, denen so viele Menschen folgen und glauben und sich was erzählen lassen von wegen Moral. Jesus, dieses Dreckschwein, der verteidigt ganz schlimme Monster. Monster! Monster! Da, Monster! Ab dem heutigen Tage ist dein Name hier auf meine Eier draufgeschrieben, wie man bei uns im Griechischen schön sagt. Auf meine Eier ist der draufgeschrieben, du bist ab jetzt Luft. Und ich wünsche jedem, der zu eurem Drecks-Podcast geht ab jetzt viel Spaß. Ich will mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Jeder, der nach der Scheiße noch zu diesem Podcast geht, möchte ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Kein böses Blut, aber ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben. Wer das toleriert, jemanden, der so eine Scheiße sagt. Und damit genug. Ich will euch nicht weiter vollhabern mit dem Thema, aber das musste ich einmal loswerden. Es hat gut getan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.